Seid ihr herzlich willkommen! Was möchte er sagen? Was verschweigt er? Wie ist die Verbindung zwischen euch beiden? Das schauen wir an bei diesem Legung. Seine Herzensbotschaft. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wegen der Bankgebühren. Erstmal schauen wir an sein Gegenwart. Das sehen wir dann hier. Hier die Kerlchen symbolisieren die Gefühle. Das kann bedeuten, dass zwischen euch beiden entsteht eine Annäherung, ein Treffen zum Beispiel, und ihr werdet in eine neue Richtung schauen. Und diese neue Richtung kann ein gemeinsamer Lebensweg auch sein. Diese Karte symbolisiert aber oft ein Treffen, ein Fest, ein Fest, Fröhlichkeit und bedeutet diese Karte, dass er sehr gesellig ist. Hier sehen wir seinen Gedanken. Was beschäftigt ihn zurzeit? Auch wenn hier die Fröhlichkeit, die Bewegung sichtbar ist, er braucht immer wieder mal diesen Rückzug, die Ruhe. Diese Karte bedeutet auch seine meditative Haltung. Und im Hintergrund dieser heilige Bild kann sein Glauben symbolisieren oder seine Vorstellungskraft. Hier in diesem Platz sehen wir dann seinen Gefühlen. Er erscheint hier wie ein König, sehr selbstbewusst. Er ist von sich selbst überzeugt. Er herrscht. Er beherrscht das Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Aber hier sehen wir, dass er eher zurückhaltend ist, eher passiv und hat seinen Erwartungen erwartet darauf, dass du dich meldest. Im Hintergrund ist etwas laut. Mein Mann hat gerade Roggenbrot gebacken und das klebt immer wieder mal in dieser Form und er muss klopfen und klopfen und klopfen, dass die Brot da von dieser Form rauskommt. Aber das ist so lecker und ich muss sagen, hier auf Mallorca gibt es kein Roggenbrot. Es gibt auch kein Dinkelbrot oder Vollkornbrot. Vielleicht im Spezialgeschäft findet man schon, aber in der Regel im Supermarkt nicht. Und dazu noch, auf Mallorca ist die Brot ungesalzen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Urlaub macht. Also Baguette kann man noch essen. Aber die malorquinische Brot ist nicht gesalzen. Und aus diesem Grund auch haben wir uns entschlossen, dass wir Brot selber backen. Und mein Mann experimentiert mit Roggen-Teig. Und ja, das ist auch ganz gut gelungen. Das muss immer wieder füttern. Und die Roggen-Teig, damit immer dieser Sauerteig da ist. Aber ist ganz, ganz lecker. Er ist gerade dabei, die Brot fertig zu machen. Beziehungsweise Brot ist schon fertig. Muss vom Ofen raus. Ja, schauen wir mal weiter. Hier sehen wir das, was er sagen möchte. Oder vielleicht auch sagt. Oh, die Liebespaar erscheint hier. Also er wird schon mitteilen, dass er dich liebt. Aber er möchte das auch hören. Und was möchte er sagen? Aber er schweigt. Er sagt es nicht. Hier diese beiden Stäben symbolisiert Zweisamkeit oder Entscheidungen. Auch die Feuerelemente, die Begeisterung. Er trifft gerade wichtige Entscheidungen. Vielleicht betrifft es euch beide. Kann aber auch andere Entscheidungen. Auch seine berufliche Entscheidung zum Beispiel. Aber er sagt noch nichts, was er plant. Diese Karte kann auch Reisen bedeuten. Aber er spricht noch nicht darüber. Wie sieht er dich? Dieser Herz bedeutet schon die Liebe. Aber dieser Herz ist verletzt. Und er hat das Gefühl, du hast verletzten Gefühlen. Oder kann auch bedeuten, er hat dich verletzt. Ich sehe gerade im Bildschirm, dass gar nicht alle Karten sichtbar sind. Und das muss ich jetzt verändern. Genau, so ist besser. Da habe ich nicht drauf geachtet. Von lauter Roggenbrot. So, dann machen wir weiter. Was verbindet euch? Hier erscheint der Teufel. Das ist nicht so gut. Und ich glaube nicht, dass deine Ausstrahlung wäre oder seins. Höchstens, ihr beide habt Ängste. Und das ist ein negatives Gefühl. Und dieses negative Gefühl kann blockieren. Kann hindern. Und du hast verletzten Gefühlen. Er liebt dich zwar. Er möchte mit dir verreisen. Aber er hat dich verletzt. Und das war eine negative Entscheidung. Eine falsche Entscheidung. Und ihr befindet euch gerade in diesem Lage, was momentan Missverständnissen führt. Obwohl, er hat gute Gedanken, gute Pläne. Und hat auch Erwartungen. Und was für mich wichtig ist, dass er dich liebt. Ihr beide seid dieser Liebespaar. Und er hat die Hoffnung, dass ein Neuanfang gibt oder eine schöne Reise ergibt sich. Aber er hat dich verletzt. Und er bereut das auch. Dieser Teufel kann aber noch Einflüsse von außen auch sein. Eine falsche Person ist neugierig, möchte verhindern, dass ihr beide näher kommt. Und kann auch dieser Hinweis sein, bei dieser Karte. Und das war dieser allgemeine Orakel. Was möchte er vermitteln? Und was möchte er gerne sagen? Aber er schweigt. Und das ist diese Reise. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr das liked oder meinen Kanal abonniert. Ihr könnt gerne eure Meinung im Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Eure Dendera